Der Deutsche Dom im Herzen Berlins. Das Bauwerk wurde einst von König Friedrich II. in Auftrag gegeben und 1785 nach fünfjähriger Bauzeit fertiggestellt. Nach Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg wurde das Baudenkmal in den 80er Jahren und nach der Wende originalgetreu wieder aufgebaut. Zusammen mit dem französischen Dom gegenüber und dem Schauspielhaus bildet das Gebäude ein dreiteiliges Ensemble auf einem der schönsten Plätze Berlins, dem Gendarmenmarkt. Was der Blick von außen nicht verrät, der Deutsche Dom beherbergt eine der erfolgreichsten Dauerausstellungen in Deutschland und thematisiert die Entstehung der Demokratie, wie wir sie heute kennen und leben. Die parlamentshistorische Ausstellung erstreckt sich über mehrere Etagen und umschließt in der Mitte einen Miniaturnachbau des Plenarsaals. Während dieser im nur wenige hundert Meter entfernten Reichstagsgebäude jedoch einzig den gewählten Abgeordneten vorbehalten ist, können die Besucher im Deutschen Dom auf den markanten blauen Stühlen Platz nehmen und eine Bundestagsdebatte nachempfinden. Das Parlament mit dem Plenarsaal wird in Deutschland auch gern als das Herz der Demokratie bezeichnet. Der Gang durch die Ausstellung zeigt aber auch den langen Weg dorthin und vermittelt die Verletzlichkeit des politischen Gemeinwesens. Die Fahne vom Hambacher Fest ist das älteste Exponat der Ausstellung. 1832 bildete sich im bürgerlichen Milieu der Gedanke von Mitbestimmung und geistiger Freiheit. 1848 versammelten sich zum ersten Mal die gewählten Volksvertreter in der Frankfurter Paulskirche zu einer Nationalversammlung. Das detailgetreue Modell zeigt somit das erste deutsche Parlament. Die folgenden Jahrzehnte lassen sich wie die gesamte Ausstellung analog und digital erleben. Zeitungsartikel, Fotos, Zitate. Der Gang durch den Reichstag um die Jahrhundertwende ist ein Erlebnis, macht Geschichte greifbar und begreifbar. Über allem schwebt der Geist von Mitbestimmung und geistiger Freiheit. Die Katastrophe des Nationalsozialismus ist einmalig in der Menschheitsgeschichte und auch in der Ausstellung ein visueller Bruch. Wie ein schwarzer Schleier, ohne Hoffnung und voller Gewalt, legt sich der Terror der Nationalsozialisten über das Land und erstickt alles, was mit Freiheit und Demokratie zu tun hat. Seinen Plänen vom Untergang des Parlamentarismus lässt Hitler blutige Taten folgen. Die Liste der ermordeten Abgeordneten ist lang. Am Ende liegt das Land in Trümmern. Millionen Menschen sind gestorben, Millionen wurden ermordet. Die Ausstellung widmet sich in der Zeit nach dem Krieg dem geteilten Deutschland. Sie zeigt die Entstehung der Bonner Republik im Westen und den gescheiterten Versuch eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz im Osten. Jahrzehnte der Teilung vermochten eines nicht zu unterdrücken, den Wunsch nach Freiheit und Mitbestimmung. Die Friedliche Revolution von 1989 trug diesen in ein gesamtdeutsches Parlament. Mehr Informationen zur Ausstellung gibt es unter bundestag.de-deutscherdom.